Willkommen zurück hier bei The Walking Dead, Mishan. Ich bin Scarlet Anni und begrüße euch recht herzlich zurück. Denn wir sind gefesselt mit Sam. Irgendwo auf nem Boot in einer Wasser-Community. Es sieht richtig gut hier aus, muss ich sagen. Und wir reden erst mal mit ihr. Hey, Sam. Guckst du? Wir müssen etwas finden! Sie ist doch ganz... naja... Ich weiß nicht, sie ist merkwürdig, finde ich. So wirklich was passiert ist, hat sie uns auch nicht erzählt. Hier ist nichts. Sie geritten ja wohl kaum. Es ist ein Lebensfest, auch. Das ist, weshalb es noch nichts auf dem Ferry gab. Es ist alles hier. Oh nein! Ist die Sachen wirklich hier? Oder legen wir uns das gerade mal ein? Raube? Das... 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 Das ist ja los. W-W-W-What's going on? This is freaking me out. You're freaking me out right now. You're very weird. Sorry I asked. Oh man. Das war echt unheimlich. Gänsehaut. Ich wollte Sam nicht noch mehr Angst machen. Come on! If you want to get out of this, I need you to tell me the truth. You saw those bodies back at the ferry? That was another group. We traded with them sometimes. Randall killed them all. Everyone. Even the kids. Came with his whole crew. And he just... murdered them. How do you know? How do you know? Did you see it happen? We were on a supply run. We heard gunshots and screams. We tried to look for survivors, but... Then they took what was left. That's why this stuff is here. That's what they do. They think they own everything on the water. Whatever they find, they take. And if you put up a fight... Well, you know what happens. They just... It's nothing to them. If you fight, they kill you. If there's anyone out there that you care about, don't tell these people a thing. Someone's coming back. Someone's coming back. So, do you have to tell our boat if you've already found it? A little more and I can get free. We have to get out of here. You with me? Shh. 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 Your time's not right. I'll get us out of here, but not like this. Just wait... And follow my lead. Forgive me if I have a hard time trusting you. Shh. 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 It's just too many. We can't get rid of them yet. Quiet down here. Here I was ready for a fight. Nice work. Kept it together. Which is good. Because Norma wants to talk to you. Nothing but a friendly word. Come on now. I promise. What about Greg? Well that's what Norma wants to talk to you about. Mal sehen, ob ich das regeln kann. Ob wir uns hier alle rausschmuggeln können. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Anhänger, die mitkommen würden. Das ist ein tolles Name, Norma. Ich wollte immer Veronica oder Gwendolyn, als ich ein Mädchen war. Aber ich habe mich mit ihnen gemacht, glaube ich. Ich bin Glück. Du hast einen Namen, die Leute zu erinnern. Michonne. Das ist gut. Ein guter, starker Name. Kannst du auf die Punkt kommen? Was? Ich bin so ein bisschen. Aber ich möchte einfach sprechen. Das ist alles. Dann geht's dich los? Natürlich. Als ich besser kennenzulernen kann. Ich weiß, du bist wütig. Aber ich versuche, was ich aus meiner Sicht. Alles ist an dich zu steal von mir, von meinen Leuten. Das macht dich und ich auf den Seiten des Fens. Wenn das nicht so wie du siehst, enlighten mich. Ich helfe mich. Ich helfe mich verstehen. Wenn alles gut geht, ich wäre froh, dass sie ihn für dich wäre. Du willst mich wissen? Wir sprechen. Das ist das, was ich gerne zu hören. Du wirst mir helfen, um mich zu erreichen. Du machst das, und du gehst nach Hause. Du gehst nach Hause. Geh. Geh. Du bist so, Samantha. Ich habe gerade mit Sam heute. Ich habe gerade mit Sam. Wirklich? Und was hat dich auf diese Färre gebracht? Es scheint sehr strange, dass du einfach auf ihn entholtst. Da da, in der Mitte des Wärts. Es ist einfach ein bisschen schwierig, um mich zu schlafen. Du bist alle da zusammengekommen, auf das gleiche Zeit. Wieso hört sich meine Geschichte nach Schwachsinn ab? Ich werde nur nicht erzählen, wo wir herkommen mit dem Boot. Aber ich will nicht zu dem Boot erzählen. Ich will nicht zu dem Boot erzählen. Ich weiß, wie diese ganze Sache muss dich ansehen. Ich verstehe. Aber es gibt mehr davon, als du das glaubst. Es gibt mehr davon. Es gibt mehr davon, dass du sie wegschlagen kannst. Die große, schade Norma. Ich bin warm. Es ist nicht das erste Mal, dass sie das Wort lief zu jemandem. Ja. Sie sagte etwas wie das. Siehst du? Ich weiß, sie würde. Sie hat uns zu lieben, hat uns zu verletzt. Sie können sehen, warum ich nur ein bisschen frustraten kann. Ich meine, ich werde sie weg. Sie hat nichts von mir. Und jetzt wird sie wieder von mir verletzt. Ja. Das hat mich auch frustriert. Ich bin froh, dass du das sagst. Es gibt nicht viele gute Leute, ich glaube. Es gibt eine gute Linie zwischen zu sein, als zu sein, Jeder hat eine zweite Chance. Ich glaube das. Aber keine eine dritte. Ich bin froh, dass du sie mit ihnen verletzt hast. Ich bin froh, dass du sie mit ihnen verletzt hast. Sie haben eine zweite Chance für Rashid und Vanessa? Wer? Rashid und Vanessa. Ich habe sie nie gehört. Aber wenn sie hierher kamen, sicher, sie haben ihre Chance. Ich versuche, diese Leute zu retten. Das ist das, was wir hier machen. Ich bringe die Leute in, sehen, dass sie verletzt, verletzt, verletzt. Was ist das, was du von ihnen nehmen? Der Verletz? Wir brauchen die gleichen Dinge, was jeder macht. Wir holen unsere Ressourcen, wir überleben. Ich sage dir nichts, du nicht wissen. Keine mehr Böse über den Böse. Ich bringe meine Wamba rein. Wo ist das Rest? Was? Was? Du sagst, du bist nicht mit den Kindern, aber Randall hat dich mit ihnen. Du hast das, aber es ist noch viel mehr übrig. Also, wo ist das Rest? Bullets, ammunition, handguns, und ein paar Reifte. Es ist wahrscheinlich auf der Ferry. Mhm. Zachary und Cam haben schon gemacht, und sie haben nicht gefunden. Wo ist es? Ich habe gesagt, ich bin das verdammte Leben gerettet. Er sollte mit mir leben. Ich bin das verdammte Leben gerettet. Er sollte mit mir leben. Gregg, ist es? Was? 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 Ja, er ist das verdammte Leben gerettet. Jetzt muss er auch nur raten scheiße. Oh nein. Ich weiß es nicht, warum die Kinder einfach gehen lassen können. Ich versuche zu sein. Ich versuche zu verhindern meine gesellschaftliche Beziehung. Er sagt die Wahrheit. Ich bin derjenige, der liebte. Gott verdammt, für fuck's sake, Randall! Norma! Please, okay, this isn't working. You're not gonna get what you want this way. What would you fucking suggest? A pat on the head and a lollipop? He's got a point, Randall. You took it too far. Like you always do. People need a firm hand. You're not gonna get him in line by being soft. Now, being smart isn't the same as being soft, Randall. We're not gonna get what we need your way. Zachary and I will figure this out. You go below and get the other fella. That's what I wanted to say. You make quite the pair of liars. This world just depresses the hell out of me. Zachary, a word in private. So you must have come back first. You're okay. What do you think? Are they done with us? Or is it gonna get worse? Ich glaube, es wird schlimmer sein. 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 Ich weiß, wo du dich anziehen. Was ist das? Jonas! Jonas! Du hast nicht einen Patienten, der braucht dich? Nein! Du kannst nur in hier! Jonas! Ich glaube, es wird schlimmer sein. Was ist das? 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 Nein! Nein! Oh man, der hat nie eine Waffe gehalten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schieß ihn doch einfach. Ich schieß ihn doch einfach. Ah! Ich schnecke die Antworten. Du willst Antworten? Geh mit mir. Stop! 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 Geh! Geh! Sam! Greg, nicht! Das ist okay! Du denkst, das ist okay? Randal, weg! Dann können wir das alles tun. Okay? Das ist das, Zachary. Ich mach's! Das ist das! Ah! 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 Oh, no, 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 Craig! Sam? No! I can't! Ah! We have to get out of these! We have to help him! Sam? Oh, God. Craig? Way! Up and down! Das hat mich jetzt überfordert. So, jetzt können wir das Hemd nehmen. Please, don't do this. Please, don't do this. Think of, think of Alex. You're his hero. What will he do without you? Not a, not a very good hero. No, you are. You are, Greg. Please hang up. No. He's gone. He's going to turn, Sam. He's gonna, he's gonna become one of them. I'm so sorry, Sam. Oh, God. I'm gonna need your help. I can't. I can't. I can't. I just need another second. Please. Not yet. I can't let you go yet. Craig. Craig. Get off me! I just, I just need more time. Craig, please! Craig. Hold him down. I can't. I'm so sorry, guys. No! No. 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 Mann. Was? Was? Nein. Ich bin normalerweise ein Zehn. Was ist mit ihm? Du schaust ihn! Ich wollte ihn nicht. Du denkst, dass das wichtig ist? Du hast ihn verletzt. Ich versuche, okay? Ich versuche! Bitte! Lower! Wir müssen ihn hören. Warum? Er ist ein Verletziger! Bitte! Du bist nicht in diesem Raum, du scheiße! Ich meine es, Herr Schoen! Wir werden ihn noch brauchen. Ah, ich bin nicht so stark wie ein kleines Mädchen! Was? Ich hätte es noch fast... Ich dachte, ich würde entspannen drücken wirklich... Oh, Mann! Und dann ging alles den Bach runter. Scheiße! Ich bin nicht davon aus. Sie kommen! Ja... Sie kommen! Nur noch Sam und ich ist übrig. Unser Kumpel irgendwo oben bei den anderen... Ach, Mist! Nächstes Mal bei The Walking Dead. Michonne! Ich habe es in deinen Augen gesehen. Du bist ein Körger. Das ist was du machst. Du wirst nicht wissen, was ich tun kann. Ja, sie haben uns schon mal so viel verraten, dass wir es locker runter schaffen. Auch alle zusammen vermutlich. Na gut! Dann gucken wir mal. Hast du versucht, es zu beenden? Uh, ziemlich viele kamen dann die Waffe wieder runter. Wie bist du auf die verlassene Fähre gekommen? Die meisten haben natürlich die Leiter genommen. Sehr vernünftig. Hast du Randall im Lagerhaus aufgelauert? Ich glaube, ob man auf jeden Fall drauf... Ich weiß nicht. Irgendwie sind die meisten ausgerastet. Wer macht denn sowas? Naja. Und Crack an Noma verraten. Oh, wir haben uns natürlich die Schuld geteilt. Und das war auch so eine geteilte Geschichte hier. Und Sam und Zachary erschießen lassen. Wir haben es versucht zu verhindern, aber nicht ganz geschafft. Na gut, wir machen weiter. Das war Episode 1. Verwickelt und verstrickt. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Werde noch den Abspann durchlaufen lassen. Bitte euch um Likes und Kommentare. Und... Ja, was haltet ihr bisher von der ersten Episode? Von dem Spiel, von den Charakteren? Oder von meiner Spielart? Laber ich zu viel? Bin mir nicht sicher. Also dann... Bis zur nächsten Episode. Bis zur nächsten Stunde. Bis zur nächsten Stelle! Bis zur nächsten Shine! Muziek! Bis zur nächsten Woche? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020